ich habe jetzt zum glück noch frei mittwoch muss ich erst nachts wieder ich habe diese komische so dinge eingesetzt ja das sind diese zusätze bergs genau dann habe ich so eine komische polizei mütze und eine tussie wo so komische ringe außen rum sind und ich habe keine ahnung keine ahnung was du meinst ich war auch gerade drin keine ahnung es geht los ist mit der runde ich mach ihn gleich aus heute mache ich ganz sicher nicht mehr an heute ganz sicher nicht wenn ich morgen fit bin vielleicht macht der justin an dann könnt ihr noch eurotrack simulator zuschauen geht's dir der große grieche aber angst hat er jetzt echt dringestehen gehabt wer so ein blablabla last man standing krass ich bin's nicht dass die musik immer so laut ist ich habe das nicht gut mutti bist du das ganz ganz gut schlechten menschen geht es immer gut so ein dummer spruch hier was ernsthaft ich habe ein taschenmesser ich habe klopapier ich habe ein taschenmesser da war es nur ja das taschenmesser lag über dem klopapier also ein klomesser ein klopapiermesser und ich habe eine machete nennt man das nicht schieflehre ja ich habe gecheatet tschuldigung ne der schießt oh wer knallt denn da ich habe keine ahnung ist auf jeden fall genau bei mir klasse ja bei mir auch ich habe benzin hallo 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 hast du da drinnen ein klo? ich muss mal kacken ne ich hab so fluchpapier oh schade hast du den klo? ich muss mal kacken ich bin Conchita Conchita hat ne Wurst ok ich geh raus scheiß drauf hallo habt ihr ein klo? scheiße ja warte komm mit leute leute ja wo bist du? hier hier ist ich hab die großen kriechen bei mir wo ist ein klo? hallo ich bin beim boot die großen kriechen bei dir beim boot dann bist du auf der anderen seite ihr seid ja zu zweit nur ja hier ist benzin hallo hallo ja warte ich versuche rüber zu kommen hier da rennt da jemand oh rum jetzt? ich renne doch in die... ach da hinten ja da bist du da hinten ist der killer hinter mir und Benzin ja ja warte ich geh mal gucken jetzt wie das boot funktioniert wir könnten ja so lang rennen wir hören zwischendurch immer so ein bisschen auf das problem ist wenn du wenn du auf diesen jogging bleibst verbrauchst du auch langsam dein ähm geh mal weg hier geh mal weg hier wir schwimmen da durchs wasser da hat aber einer Mut ey WAH MUTTI wie springt man eigentlich durch Fenster? ähm sprinten und dann drücken ah sprint eh drücken ah muttiii mama jason ärgert mich wieder mama man brauch echt Spinn hier sind die Propeller ich hab den Stoff kann man aber schwimmen? ja aber der ist schneller am schwimmen also ich weiß noch der konnte man nicht schwimmen AHHHHH AHHHHH oh lol das ist bei euch jetzt AHHHHH 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 STIRT DOCH NEIN NEIN du hörst immer mal kurz auf zu rennen das geht auch gar nicht dann verbraucht der macht das so lang langsam das Zeug hoch mach die Funzl aus ist der bei euch? nö bei uns ist keiner ich such mir grad Heilung ich hab wenn sie nicht mehr vor dich weg von der Türe Boot der ist hier der ist gleich ich bin verletzt ja komm her zu mir wo bist du? hey guys i am here for the party ha ich probier's hi party mate dankeschön wie ging's? einfach eins drücken i have you was? ich hab einfach eins gedrückt he cut my pyjama ah ich hab Benzin wir bräuchten noch die Schiffsschraube dann können wir jason no please no no i'm in pyjama jason please stop it ich geh mal ins boot ok i'm naked on you please fuck wir haben probleme scheiße warum ahhhh no 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 ok ich beschütze dich ah ja stimmt du bräuchten ah guck mal der Trimischer ne da kommt einer der hat die Schraube der hat die Schraube der hat die Schraube komm her baby it won't hurt that much komm her please i'm a virgin no ha 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 vielleicht labert ein bisschen okay ah 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 ist das der Ding ah ist das der Killer? mazuita mazuita und ich wir hatten grad ein bisschen Spaß vom Killer was macht denn der so lang er spielt sich an er spielt sich an ok der der Killer kommt er spielt sich an der Schraube oh my gosh jason jason mama say you must be killed jason ja ich hab ihn weggebrückt lol los was macht denn der Typ los steigt das Boot das Boot lös lol lol wow oh fuck oh go go allein fuck da geht Pipi unter Wasser jetzt hat er dich unter Wasser hast keine Chance brauchst du Glück wo ist denn das Boot? ja immer noch da ja ich hab ihn ja ich hab ihn ja ich hab ihn ja ja ach kacke das war 1 cm oder 1 mm ich hab ihn sag mein Name was machst du? shit man we are too mad we are too mad too good up man what the fuck Matsuta geh ins Boot Matsuta ist tot nein nein hier bin ich nicht nicht? nein ich lauf hier rum oh lol ah cool ja aber da ist der Typ achso scheiße das ist natürlich jetzt ist er weg nee jetzt ist er wieder da lol oh irgendwann zu durch oh oh haha oh oh mein neck Und again, and again, and again, Justin, wie sieht's aus, machst du deinen Streamer? Da war es nur noch einer! Mann, ihr habt das Boot fertig, ey! Und er hat die Batterie? Du sprichst ingame. Sorry? Das war bei mir irgendwie gelockt, keine Ahnung warum. Ja, das hat Candy eben auch gehabt. Ja, wenn du zu oft T drückst, oder zu lange Klobe, dann lockt das. Warten? Ja genau, spring durch das Fenster, was noch zu ist. Ach nee, doch nicht. Was war das für ne Aktion? Den kannst du nicht ausspielen. Ja, der versucht ihn auszuspielen. Aber es scheint auch ein Dreadpitch wieder zu sein. Wow. Da vorne ist doch das Boot, oder? An dem Steak, naja egal. Sie ist ein Rebell. Mhm. Das sieht man schon an ihren Haaren. Was bringt dir das jetzt, um das Auto zu tänzeln? Äh... Äh... Wie die Leute? Wie die Leute? Letzter Load für heute. Ischi, dankeschön für dein Load die ganzen Tage, oder den ganzen Tag. Mua, mua mua! Go to the boat! Go to the boat! Fast! Nein! Someone tell him to go to the boat! Woh! Wow! Jetzt kommt's endlich mal raus. Shit! OHH! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Das passiert, wenn du einen Bob trägst. Auch nicht, war da noch viel Wurst von vorne drin. Das ist easy. Das ist mein guter Junge. Mami hat ein Rumpel für ihn. Oh, nice. Der hat gute Punkte bekommen. Ey, egal. Vor uns gibt es auch ein paar. Was heißt der Lau oder? Kein Witz? Und Hallo erstmal. Lau da ist lauter. Ja, und pikiert. Hallo erstmal. GG, Leute. Ja, ja, guter Spiel. Jo, Brasbir. Was? Brasbir? Ja, Brasbir. Ja, Brasbir. Na.